Ja, das war ein kurzer Blick nach Metz, wo wir jetzt auf die Pressekonferenz warten. Herr Foussier, ich würde gerne noch mal so auf die Gleichbehandlung in der Beziehung blicken. Ich habe gelesen, dass die Deutschen viel weniger nach Frankreich blicken als die Franzosen nach Deutschland, vielleicht auch in den Medien oder so. Wenn Sie nur vom Blick reden, kann das sein, aber wenn die reisen, dann reisen die Deutschen mehr nach Frankreich als umgekehrt. Im politischen Blick sozusagen, dass wir also viel öfter in französischen Medien als Beispiel gut oder schlechter Art genannt werden, während unser Blick nach Frankreich doch nicht so häufig geht. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich auch mit dem, ich sage es in Anführungszeichen, guten Ruf der Franzosen, man fährt gerne nach Frankreich, man kann auch gut essen, man kann auch schön Urlaub machen, da gibt es vielleicht mehr Sonne als in Deutschland. Ich versuche aber diese Klischees nochmal zusammenzufassen. Bei Deutschland ist man immer skeptisch. Wenn es eine Krise gibt, dann weiß man nicht, was haben die Deutschen wieder vor. Und es war auch interessant zu hören, wie Manuel Wals, der Premierminister, ausgerechnet von München aus im Februar die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin heftig kritisiert hat. Normalerweise pflegen die Diplomaten da einen besseren Umgang mit den Nachbarn. Ich bin auch dafür, dass man offen spricht. Nur war das der Ort, war das der geeignete Ort? Was hat ihn da geritten? War das vielleicht als Parteisoldat, dass Hollande sagt ja, sag du, was ich nicht sagen darf. Und irgendwie ist es immer eine Mischung aus bestimmten Behauptungen und Symbolen und dann immer das Gegenteil direkt danach, um zu sagen, wir müssen das relativieren. Und wenn man vergleicht das, was Hollande 2012 gesagt hat, kurz bevor er gewählt wurde und kurz nachdem er gewählt worden ist zum Staatspräsidenten, ich werde mit Frau Merkel reden, ich werde ihr zeigen, wer das Sagen hat in Europa, ich, wir werden darauf bochen, dass wir einen neuen Elysée-Vertrag haben und alles. Ja, nichts hat er getan. Das heißt, es ist immer ein Problem des deutsch-französischen Paares, dass jede erste Begegnung, die ersten Monate dieses Paares, Franzosen sagen sogar Ehepaares, Le Couple von Kualemann. Okay, das sagen wir nicht. Nein, nein, vielleicht auch Angst vor Scheidung, ich weiß es nicht, aber dass es immer so turbulent anfängt. Und am Ende, das war unter Sarkozy das Gleiche, das war unter Schröder das Gleiche und mit der Zeit lernen sie sich kennen und am Ende der Amtszeit, da gibt es also Begriffe wie unter Sarkozy die Mercosy. Also die sind sich so einig, das war damals nur die Krise, die Währungskrise, sind so einig, dass man so einen gemeinsamen Begriff doch erfindet. Was natürlich negativ ist nachher, wenn der Nachfolger kommt, sagt er, ich will da nichts damit zu tun haben. Ich bin Hollande und nicht Sarkozy. Also muss man einen neuen Begriff erfinden und man muss auch zeigen, wer eigentlich das Wort hat. Ich zitiere immer wieder diesen Vergleich mit dem Tandem. Und ich sage, es ist genau der falsche Vergleich. Es ist kein Tandem zwischen Frankreich und Deutschland, auch wenn es gut gemeint ist. Ein Tandem, Sie wissen, wie es aussieht. Da sitzt einer vorne und einer hinten. Und einer kann pfuschen hinten. Wenn beide vorne sitzen, dann möchte ich auch nicht mal dabei sein. Es ist kein Tandem. Eine Rikscha sozusagen. Und die versuchen dann immer wieder, solche Begriffe zu erfinden. Sie haben auch selbst das Wort Motor genannt. Achse haben wir nichts vergessen. Aber man hat seine Schwierigkeit, diese Beziehung so zu bezeichnen, dass jeder sagt, so ist es. Und ich habe Angst, dass wenn Hollande, Angst ist übertrieben, aber wenn Hollande und Merkel sich zu nahe kommen und nächstes Jahr haben wir, ich bin ja kein Prophet, ich weiß es nicht, aber nächstes Jahr haben wir auch Wahlen, Präsidentschaftswahlen und Bundeskanzlerwahlen. Wenn es einen neuen Staatspräsidenten gibt und wenn es einen neuen Bundeskanzler gibt, dass man vom Neuen wieder anfängt, weil man sagt, was die beiden, die nicht mehr an der Macht sind, beschlossen haben, ist deren Sache gewesen, wir machen es anders. Man kann es nicht anders machen. Es ist die Intention, die man auch inzwischen vergessen hat, die Intention der deutsch-französischen Beziehungen, wie sie 1963 formuliert wurde im Élysée-Vertrag war, wir sollten nicht übereinander sprechen, sondern miteinander. Und es geht nicht darum, dass man jedes Mal einen Konsens findet, sondern dass man ein Verständnis dafür entwickelt, für die andere Auffassung des Nachbarn. Und das geschieht leider immer wieder. Ja, das passiert ja jetzt gerade in Metz, soll das passieren, Verständnis entwickeln. Sie haben vorhin Le Couple gesprochen, von dem Paar, von dem Ehepaar, wie Sie es genannt haben. Wie verstehen die beiden sich persönlich, Angela Merkel und François Hollande? Ich glaube auch gut, weil, um einen französischen Ausdruck zu benutzen, den die Deutschen auch gerne benutzen, hat Hollande viel Wasser in den Wein gegossen und das schnell vergessen, was er 2012 angekündigt hatte. Und hat ihm direkt zugegeben, dass Merkel a. die Stärkere ist, die bessere Politik macht, die besseren Ergebnisse bekommt. Und Realpolitik gehört auch zum Geschäft zwischen Frankreich und Deutschland. Man kann nicht einfach eine Kriegserklärung abgeben und sagen, wir werden den zeigen, so, die Zeiten sind vorbei. Merkel ist bekannt geworden, man muss sich vorstellen, zu Anfang der Flüchtlingskrise in Deutschland, hat es in zwei Zeitschriften, die eine sehr konservativ, liberal, das ist Le Point, die andere, Nouvelle Observateur, mittlerweile Lops genannt, links orientiert, haben beide die Kanzlerin so gewürdigt, Le Point schrieb sogar als Untertitel, «Ah, wäre sie nur Französin?», muss man sich vorstellen. Die höchste Weihe. Das war im September. Es war im September. Allein der Anfang dieser Migrationsgeschichte, da haben zumindest einige Intellektuelle in Frankreich applaudiert und haben gesagt, das ist genau das, was man machen müsste. Ja, es kippt auch schnell um, die Stimmung und mittlerweile, da fragt man sich ja, warum hat sie das gemacht? Warum ist man dann so weit gekommen? Und wie kann man auch mit dieser Entscheidung, die möglicherweise generös und richtig war, aber wie kann man damit umgehen? Denn im Moment haben wir das Problem, die Franzosen weniger als die Deutschen, aber wenn die Deutschen dann nicht mehr Migranten haben wollen, dann müssen die Franzosen dran glauben. Jetzt haben die akzeptiert, dass, ich glaube, 25.000 Syrer aufgenommen werden in Frankreich. Ob die Syrer das wollen, ist eine andere Frage. Ob das klappt, weiß man auch nicht. Aber auch wenn sich die beiden gut verstehen, Hollande hat auch klar zu erkennen gegeben, dass er nicht gutiert hat, dass dieser Vorschlag mit der Türkei, dieser Kompromiss mit der Türkei, eigentlich eine eigenwillige Idee von Frau Merkel war. Und keine deutsch-französische. Beide haben auch den Zug verpasst, zu sagen, es gibt eine Krise, also treffen wir. Die wollen so eine europäische Entscheidung und stellen fest, dass die gar nicht möglich ist. Aber warum haben die nicht eine deutsch-französische Entscheidung getroffen? Und das ist eigentlich schade.